Wie bei der Telefonica Next, wir stellen Datenanalysen zur Verfügung, die wirklich den kompletten Gesamtverkehr von Deutschland darstellen, von der Quelle bis zum Ziel. Verkehrsbetriebe und Städte können damit zum Beispiel das Verkehrsangebot für die Bürger besser gestalten. Unsere Analysen basieren dabei auf 48 Millionen Mobilfunkanschlüssen der Telefonica Deutschland. Die Daten werden für die Analyse mit einem TÜV-zertifizierten Verfahren sicher anonymisiert. Und als Fazit ist das wohl Deutschlands größtes Datenpanel.